Willkommen zum ersten Tutorial Faszienarbeit in der Schmerztherapie, wobei wir uns orientieren an den Myofascial Trains nach Thomas Meyers, den Myofascial Meridian und so ein bisschen auch an der Triggerbandtherapie nach Typaldos. Wobei wir uns nicht 100% an die reine Lehre halten, sondern versuchen die ganze Sache etwas komplexer zu denken. Das Wichtigste, wenn wir uns das Modell der Myofascial Trains von Thomas Meyers vor Augen halten, ist das insertionsübergreifende Arbeiten. Ich mache meine Faszienarbeit bzw. meine Myofasciale Arbeit sehr weitläufig. Ich arbeite über Insertion von Muskeln rüber, weil oberflächige Muskelfaszien ein Kontinuum bilden. Also sie setzen nicht an den Ursprüngen und Ansätzen der Muskeln an, sondern sie laufen weiter über den nächsten Muskeln. Wir behandeln jetzt hier den dorsalen Faszienzug. Aber mein Öl verteile ich jetzt erstmal überall, wo ich rankomme, außer über die Haare. Der dorsale Faszienzug selber geht von der Stirn aus, der Orbiter aus, über den Kopf, die autoktone Wirbelsäulenmuskulatur, über das Sacrum, dann über das Ligamentum Sacrotuberale, über die Ischokroale Muskulatur, über die Wahnmuskulatur und über die Fußsohle bis zu den Zehen. Jetzt bin ich noch so ein bisschen am Rücken. Aber denke wirklich hier diesen ganzen Faszienzug mit. Also gehe jetzt wirklich weiter bis über die Füße. An den Füßen werden wir auch beginnen. Man muss nicht an den Füßen beginnen. Es macht insofern Sinn, auf den Füßen laufen wir, stehen wir. Wenn die Füße nicht im Gleichgewicht sind, zum Beispiel kalt, wirkt sich das auf unsere ganze Befindlichkeit, auf unseren ganzen Spannungszustand aus. Und unsere Füße kommen einfach zu kurz. Wir sind genetischer dazu geworden. Ja, ich sag mal, vor 10.000 Jahren ist unsere genetische Entwicklung weitgehend unverändert geblieben. Und wir sind so ausgestattet, um als Jäger und Sammler zu überleben. Also auch barfuß über Stock und Stein zu laufen. Und das auf eben unebenen Gelände über Steppenboden. Wo es scharfe Steine gibt, runde Steine gibt, Gehölz gibt, weichen Sand gibt, Gras gibt, ja, feuchten Sand. Also wir müssen unsere myofasiale Struktur des Fußes organisieren. Wir müssen vielseitig unsere Gelenke bewegen, wenn wir ja noch so leben würden, wie unsere Vorfahren. Was aber auch unserer genetischen Ausstattung noch entspricht. Hier zeige ich das nochmal, bevor ich jetzt gleich zum Fuß auch wirklich komme. So lange streicht mal weiter aus, dass ich wirklich über diesen ganzen globalen Raum hier streiche und widme mich jetzt, wie angekündigt, dem lokalen Fokus, dem Fuß zu. Dazu stelle ich ein Bein mit auf die Liege rauf, sodass ich hier so eine kleine natürliche Werkbank habe. Und warum und wozu, werdet ihr gleich sehen. Ich kann aus meinem Schwerpunkt herausarbeiten, komme aber übrigens auch sehr gut über den ganzen Faszienzug. Und kann jetzt hier richtig schön über den Fuß gleiten, nehme dazu meine Ulna, so als wenn das ein Hobel wäre. Aber hol so die Bewegung aus meinem ganzen Körper raus. Und arbeite aber nicht nur am Fuß, arbeite immer Gelenksinsertionsübergreifend und habe immer wieder den Bezug hier zum ganzen dorsalen Faszienzug, wobei Thomas Meyers vom oberflächigen dorsalen Faszienzug spricht. Es gibt bei vielen Faszienzügen tiefe und oberflächige dorsalen Faszienzüge, hier dorsal gibt es kein tieferes Fasziencontinuum, daher spricht der Thomas Meyers nur vom oberflächigen dorsalen Faszienzug, wir nennen es mal einfach den dorsalen Faszienzug. Ist einfacher zu verstehen. Gut, jetzt bin ich am Fuß. Was mache ich erst mal? Der Fuß ist natürlich reich an Gelenken, reich an Sehen, an Muskeln, an Bändern. Ist wirklich ein sehr, sehr komplexer Bereich. Und vor allem auch an Nervenenden. Hier, ich arbeite erst mal so ein bisschen vor und bringe jetzt den Fuß regelrecht aus. Als wenn es um vollgezogener Designerschwamm wäre in Fußform, sodass ich auch viele Gelenke mobilisiere, auch kleine Friktionen schon drin habe, auch schon in die Faszien gehe. Aber bewegen tue ich mich wiederum so, als wenn ich ein Ast zerbrechen würde. Also ich arbeite nicht nur aus meinen Schultern raus, sondern hole meine Intensität aus meinem ganzen Körper. Aus dem Bewegungsfluss. Und kann jetzt wieder kräftig mit der Ulna über die Plantaraponeurose gehen und streiche mit der anderen Hand über die Wade und leicht über den Oberschenkel, also insertionsübergreifend. Hier über den Trizeps, so re, die Kniekehle bis zum Gesäß und hin und wieder gehe ich wieder bis über die Linie, noch re, also arbeite über so viele Insertionen wie nur möglich. Ich bringe jetzt hier so richtig schön ulnahmig ein, gehe jetzt tiefer ins myofasciale Gewebe, benutze auch mal die Faust, schone dadurch auch meine Handgelenke. Und für die Patientinnen und Patienten ist das in der Regel eine Wohltat. Wir wollen uns auch spüren an den Füßen. Es ist auch wichtig, dass wir das können. Vor allem eben auch in dem genetischen Kontext, also dem paleomedizinischen Kontext, den ich vorhin oder eben schon erwähnt habe. Jetzt habe ich hier mal so ein Modell aus der Thai-Massage oder auch Thai-Yoga-Massage, Nuat-Massage genannt. Da gibt es so Linien von der Hackenmitte zu den Zehen hoch, was so ein bisschen ja auch der myofascialen Struktur, der Weichteile an den Füßen entspricht. Das gabelt sich so richtig schön zu den Zehen hin auf und dieses Modell nutze ich jetzt mal, ändere so leicht meine Position und arbeite jetzt aus meiner Sagittalebene, aus meiner Centerline heraus. Gehe jetzt mit allen Fingerbären, nehme mir immer zwei Linien, in der Mitte nehme ich mir dann nur eine Linie und bewege hier meine Fingerbären so, als wenn ich auf einer Gitarrenseite oder Cello-Seite mich bewegen würde. Ich palpiere den Fuß, habe natürlich da auch erweiterte Befundungsindizien und habe hier so einen gewissen Rhythmus. Ich zeige das erstmal jetzt nur so ganz, noch nicht ganz ausgeführt, weil nämlich meine Fingerbären, also meine Daumenbären, sorry, meine Fingerbären sind Planta und Dorsal. Arbeite ich hier zwischen den Zehen und vor allen Dingen zwischen den Zehen der Zehenstrecker entlang. In der gleichen Zeit tanzen meine Fingerbären hier auf der Planta-Aponeurose, dringen hier in potenzielle Reflexpunkte, Tender-Points, Triggerpunkte ein, Detonisieren und Befunden zugleich. Ich habe immer auch so ein bisschen kleine Mobilisationselemente mit drin. Auch das ist für die Patienten sehr angenehm. Ihr seht, meine Schultern sind nicht nach oben gezogen. Ich arbeite sehr locker. Das vermittle ich auch meiner Patientin. Und jetzt kann ich richtig Linie für Linie hoch und runter gehen und hier diese Vorarbeit leisten. Und wieder nehme ich Bezug hier zum ganzen Dorsalen oder fast ganzen Dorsalen Faszienzug. Also streiche bis über die Linie hoch und schweife dann hier sozusagen über das globale Terrain wieder hin zum lokalen Fokus. Eben in dieser Behandlungsphase zum Fuß hin. Aber vergesst diese anderen Strukturen nicht. Weil Disbalancen im Fußbereich wirken sich auf den ganzen Faszienzug aus. Nicht nur auf den, aber nach diesem Modell besonders auch auf den dazugehörigen Faszienzug. Dieser dorsale Faszienzug ähnelt übrigens sehr auch den sogenannten chinesischen Blasenmeridianen in der Akupunktur. Aber auch anderen Energy Lines, beispielsweise aus der schon erwähnten Thai-Massage. Und jetzt mache ich mal folgendes. Ich schmelze regelrecht in diese Linien ein. Was so ein bisschen an die Triggerbandarbeit nach Typallus erinnert. Triggerbänder sind sogenannte Stressmuster, Schmerzmuster. Welche nach Typallus auch über die Körpersprache des Patienten gezeigt werden. Ah, da tut es mir weh. Dort sind Faszien distorsiert, aufgespalten, verdreht eben. Und oft sind auch Kalk-Einlagerungen drin. Es kommt zu Schmerzen in diesem Bereich. In den Faszien natürlich auch in den Muskeln. Auch die Faszien sind reich an Nervenkreuzungen, an Schmerzbewegungs-Dehnungsrezeptoren. Und da versuche ich jetzt über diese Triggerbandarbeit, indem hier meine Fingerbären so richtig tief einschmelzen, hier diese Faszien wieder auszugleichen. Auch das Verhältnis zwischen Kollagen und Elastin wieder in Balance zu bekommen. Arbeite wirklich mit mehreren Fingerbären. Dadurch sind meine Finger, also meine ganze Hand ist stabil. Und ich schaffe einfach in der gleichen Behandlungszeit mehr, als wenn ich da nur mit den Einfingersuchsystemen arbeiten würde. Klar, so der Kraftfokus ist beim Mittelfinger. Eventuell auch noch beim Ring- und Zeigefinger. Aber ich arbeite linear, aber auch leichtflächig dadurch. Was auch nicht so unangenehm dann ist, wenn die Patienten schmerzempfindlich sind. Ich kann diese Triggerbandarbeit auch machen und gleichzeitig hier mobilisieren. Und dadurch die myofasiale Struktur in Annäherung und leichte Dehnung bringen. Kann das ja auch wirklich Linie für Linie tun. Dann schmelzt du richtig schön ein. Und kann meiner Patientin und auch meinen Patienten auch dadurch bewusst machen, was passiert muskulär, wenn die Zehen sich bewegen. Dass wir hier wirklich die Beugung, aber auch die Abduktion und Adoption beeinflussen können. Sie kriegen auch eine bewusste Körperwahrnehmung. Also werden auch nicht entbündigt. Ich kann das meinem Patienten auch erklären, warum ich das mache. Und das Interessante ist, ich kann natürlich das gleiche auch mit aktiver Bewegung tun. Ich gehe diese Linien hoch und runter und sage meiner Patientin, sie soll ihre Zehen selbst bewegen. Also selber an die Flexion und Extension bringen. Und wenn sie es können, auch versuchen, in die Abduktion und Adoption, also abspreizen und wieder ranziehen. Das können die meisten Menschen nicht, weil wir das auch nicht mehr können müssen. Wir haben das verlernt. Wir laufen in Schuhen, auf geraden Böden. Aber wenn wir uns wirklich in der Natur, wie unsere Vorfahren, bewegen müssten, dann müssten wir tagtäglich die Strukturen unseres Bewegungsapparates, vor allem hier an den Füßen, ganz, ganz anders organisieren und würden sie ganz anders trainieren. Dann würden wir das wahrscheinlich auch können. Also viele, die das üben, die können das auch. Und das ist auch natürlich ein wichtiger Beitrag für die Patientinnen und Patientinnen zur Körperwahrnehmung. Ich versuche immer gewisse Zusammenhänge einfach auch meinen Patientinnen und Patienten zu erklären. Und gehe jetzt immer wieder über den globalen Raum, über den ganzen Dorsal- und Faszienzug, oder fast ganzen bis über die Linie Nuche, gleite wieder zurück. Und kann dabei auch meiner Patientin erklären, warum ich das mache. Die finden es natürlich angenehm, also auch da mehr Berührung zu erfahren, als nur an dem Fokus, wo ich gerade bin. Jetzt widme ich mich so ein bisschen erstmal der medialen Fußkante zu, wo ich auch wichtige Muskelansätze habe, wie hier am Osmeta-Tarsale-Cuniforme 1, den Pirineus Longus, oder in unmittelbarer Nähe den Tibialis Posterior. Man kann jetzt so richtig tief in diese Kante da einschmelzen. Ihr seht da das mal. Das ist übrigens in der Reflexzoon-Massage auch die sogenannte Wirbelsäulenlinie. Und in der chinesischen traditionellen Medizin ist es der Anfangsbereich des sogenannten Milz-Pankreas-Meridians, wo auch wichtige Akupunkturpunkte sind. Und kann so richtig tief so auf diese innere Kante gehen, schmelzt so richtig tief mit meinen Fingerbären ein. Wenn ich hier Verhärtung fühle, Schmerzmuster fühle, kreise ich meine Fingerbären nach links, nach rechts im Wechsel zwei, drei Mal. Kann auch so kleine Figürchen, Pentagramme, David-Sterne, Fadenkreuze malen. Üben wir gleich mal an uns selbst, wie sich das anfühlt. Dass wir da auch eine gewisse Vibrationsvielfalt haben. Jetzt arbeite ich hier an der äußeren Kante, habe hier meinen kleinen Finger unter seinen kleinen Zeh gehackt. Und jetzt habe ich mit beiden Daumen hier so einen richtig schönen Hebel. Da tangiere ich übrigens dann Ansätze des Pirineus Brevis und Tertius. Und gehe jetzt immer wieder zwischendurch, also vergesse sozusagen dieses globale Ausschweifen nicht, wo ich über den ganzen Faszien zugrüber gehe. Immer wieder die Verbindung vom Detail, wo ich arbeite, zum großen Ganzen mitdenke. Und zum Schluss kann ich jetzt nochmal so eine kleine Klopfung durchführen, die sehr, sehr angenehm sind. Unser Fuß möchte auch in der Regel etwas spüren. Wir desensibilisieren natürlich hier unsere Wahrnehmung auch. Also vielleicht wäre es am Anfang den einen oder anderen viel zu kitzelig. Aber das wird als sehr, sehr angenehm empfunden, wenn wir wirklich so merken, Ah, da ist Durchblutung, da ist Lebendigkeit, die Füße werden warm. Das wirkt sich wirklich auf unser ganzes Wohlbefinden aus. Das wirkt sich vegetativ aus und natürlich auch schmerzlindernd. Vielen Dank. Vielen Dank.